Was bedeutet Freiheit? Wieso? Weil je besser du verkaufst, desto mehr verdienst du und desto freier wirst du zu entscheiden, was du wann, wo und mit wem tun willst. Mein Name ist Nathalie Sabrina Dahl und meine Definition von Freiheit ist, zu arbeiten wo immer ich will. Im Moment bin ich gerade auf Sardinien und ich drehe Videos auf dieser wunderschönen Insel. Das ist meine Definition von Freiheit. Was ist deine? Ich lade dich ein, zu lernen, die Verkaufsfähigkeit zu meistern, weil es die Fähigkeit Nummer 1 im Leben ist. Komm und lerne kostenlos an einem unserer Workshops, entweder online oder offline, in Zürich, Starnberg bei München oder in Wien im Monat September. Klicke auf den Link, finde heraus, wo Sie sind und ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.